Am letzten Samstag spielten unsere U15 Youngstars im Waldstadion Körde gegen Rot-Weiß-Aalen, hier zu sehen in den blauen Trikots. Die U15 ist derzeit unangefochtener Spitzenreiter in der Landesliga 1 und hat 10 Punkte Vorsprung vor dem zweitplatzierten SC Paderborn. Alle 13 Meisterschaftsspiele wurden bisher gewonnen und die Dominanz der U15 Youngstars zeigt sich auch in der Tor-Deferenz in dieser Liga, denn die U15 hat bisher 55 Tore geschossen und nur 5 Tore kassiert. Auch das Spiel gegen Rot-Weiß-Aalen wurde gewonnen. Nach einem Pausenrückstand von 0 zu 1 drehte die U15 das Spiel aber noch 4 zu 1 für sich. Die Torschützen waren Diogo Duarte und der dreifache Torschütze Marcel Echsner. Spielführer Jannis Fraundörfer und Stürmer Marcel Echsner standen uns nach dem Spiel für ein Interview zur Verfügung. Abschließend konnten wir auch noch mit dem Trainer Martin Hugel sprechen. Wir sind schwer reingekommen, in der ersten Halbzeit haben wir auch hinten gelegen und in der zweiten Halbzeit haben wir in der Halbzeit die wahren Worte gefunden und dann haben wir es in der zweiten Halbzeit besser gemacht, zwei Mal gewechselt. Ich glaube Diogo, unsere Nummer 12 hat das Spiel so ein bisschen entschieden, hat das ein Tor selber gewonnen. Und die anderen selber drei eingeleitet und so sind wir dann halt glaube ich zum Ende, zum verdienten Sieg auch gekommen. Marcel Echsner ist heute drei Tore geschossen. Wie viele Tore hast du jetzt insgesamt schon gemacht diese Saison? 19 glaube ich. Das war so ein richtige Tor hier in der Mannschaft. Ja, denke mal. Der Elfmeter ist ein Nachschluss. Ich habe schon gehört, dass du schon der dritte diese Saison nicht reingemacht hast. Wie kann das sein? Ja, weiß nicht. Ich habe meine Stammecke und dann bin ich da nicht. Das heißt, ihr müsst mal gucken, wie er das sonst macht. Ja, er kann ja aufschießen. Ihr seid ja, ihr habt jedes Spiel gewonnen. Was ist denn euer Ziel jetzt noch? Jedes Spiel zu gewinnen wahrscheinlich? Ja, also von Spiel zu Spiel muss man sehen und dass wir dann am Ende auf das Aufstiegsspiel hinarbeiten und dass wir dann da halt gewinnen, das ist glaube ich am wichtigsten. So haben wir dann halt auch den Aufstieg und dass dann die U15 in der nächsten Saison halt auch die Regionalliga spielt und da halt dann die Klasse zeigen kann. Und ich glaube, wir haben auch in der Vorbereitung getestet gegen größere Vereine und wir sind hier halt relativ gut und wir haben auch gegen die anderen gut mitgehalten können. Ist das denn überhaupt spannend für euch, die Gemeinschaft zu spielen, die dann noch ein bisschen unterlegen sind? Hättet ihr nicht lieber ein bisschen stärkere Gegner? Ja, ist eigentlich schon, aber wir können uns auch hier in der Landesliga sehr gut weiterentwickeln und wollen auch immer besser werden. Und unser Anfang ist ja auch immer souveräner zu werden, ja. Was ist jetzt euer persönliches Ziel noch? Nächste Saison wahrscheinlich U16 oder U17 bei Preußen oder habt ihr schon andere Ziele? Ne, also weiterentwickeln jeder persönlich als Mannschaft und halt nächstes Jahr dann, nächstes Jahr ist dann wieder gegen Ältere und dass wir dann da halt auch wieder mithalten können. Das hatten wir letztes Jahr schon gegen die Älteren und dass wir dann halt da wieder mithalten können, das ist so mein Ziel. Habt ihr irgendwie noch Ziele? Wollt ihr irgendwie mal Profi werden oder ist das nur ein Traum oder seht ihr das realistisch, was ihr erreichen könnt? Ja, man muss von Jahr zu Jahr gucken. Es kann ja auch immer mal passieren, dass man eine Verletzung bekommt, aber man hofft schon, aber man muss gucken, wo die Entwicklung hingeht. Ist das so allgemein bei Preußen so eine Jugend? Gibt es da irgendwie Vernetzung oder spielt es da jede Mannschaft so für sich? Ja, also man hat schon mit anderen Mannschaften steht man schon so auf dem Platz und wenn man dann zum Bahnhof fährt oder so, dann sind auch schon andere Mannschaften im Bus und man kennt sich halt auch. Man fährt zum Training zusammen mit anderen, spielen aus anderen Mannschaften und so ist das eigentlich ein guter Zusammenhalt. Und manchmal spielen auch Spieler von uns in der U16 oder helfen da aus oder trainieren da mit oder so ist das glaube ich relativ gut. Oder wir haben auch immer im Dezember so ein Youngster-Turnier, spielt aus jeder Mannschaft einer immer mit anderen zusammen und so ist das glaube ich relativ gut geregelt im Verein. Das heißt, man kennt sich dann untereinander. Und letzte Frage noch, Martin Nugel ist euer Trainer, wie ist der so? Der ist immer sehr cool drauf, aber der hat auch richtig viel Ahnung von Fußball und wenn wir nicht reinkommen, dann findet er auch immer die richtigen Worte, uns nochmal richtig anzusporen, dass wir mehr Gas geben. Ja, richtig guter Trainer und hat gesehen, glaube ich, in der ersten Halbzeit lief es nicht so für uns wieder. In der ersten Halbzeit haben unsere beiden Trainer auch, Thomas Pfeiffer hat die richtigen Worte da gefunden, was wir verbessern müssen und so sieht man dann halt auch, was unsere Trainer für Qualitäten haben, das an uns Spieler zu übermitteln. Okay, du bist dann herzlichen Dank. Es wird schon noch viel Erfolg für diese Saison auf jeden Fall, dass ihr den Aufstieg gleich klappt und dann auch für den Rest eurer Karriere. Jo, danke. Tschüss. Ciao. Martin, heute 4-1 gewonnen gegen Aalen. Wie zufrieden warst du jetzt mit dem Spiel? Ja, zufrieden insbesondere mit der Reaktion nach der Pause. In der ersten Halbzeit haben wir uns schwer getan, haben schwer ein Spiel gefunden. Man muss allerdings auch anerkennen, dass Aalen alles in die Wachschale geworfen hat. Man merkt, dass sie im Abstiegskampf stecken. Haben sie gut gemacht. Nach der Pause, glaube ich, durch die zwei schnellen Tore auch Rückenwind bekommen und dann nach hinten raus ein sehr souveräner Auftritt, wie eigentlich auch die gesamte Saison über. Das heißt, du musstest ein bisschen psychologisch tätig werden in der Pause? Ja, es ist deutlich angesprochen worden, aber ich glaube, die Mannschaft ist auch so reif, dass sie selbstkritisch mit so einer Situation umgeht. Und das auch in der Kabine selbst reflektiert. Also wir wissen dann, worauf es ankommt in der zweiten Halbzeit. Insgesamt habt ihr jetzt jedes Spiel gewonnen in der Liga. War das vor und vornherein euer Ziel, so dominant zu werden? Dominanz war definitiv unser Ziel, dass es jetzt am Ende so deutlich ausfällt, dass es nicht abzusehen. Das ist auf der einen Seite schön, weil man sieht, dass wir Erfolg haben mit unserer Arbeit. Auf der anderen Seite kann das aber auch das Problem sein, dass dann die Spannung raus ist in vielen Momenten. Das ist halt die Aufgabe von uns Trainern oder an uns Trainer, dass wir dafür sorgen, dass die Spannung permanent aufrechterhalten wird. Ist es denn vielleicht sogar einfacher, gegen solche Mannschaften zu spielen oder ist es einfacher, gegen wirklich starke Mannschaften zu spielen? Wie es denn in der Regionalliga wäre? Es ist viel, viel einfacher, gegen starke Mannschaften zu spielen. Wir haben das in der Vorbereitung gehabt, dass wir in Leverkusen super gespielt haben, in Dortmund gegen Bochum, gegen Gladbach. Das ist für die Spieler auch einfacher, sich auf den Punkt zu konzentrieren, dort Motivation zu zeigen. Das hier ist einfach Alltag und fällt dem einen oder anderen auch schwer, ist aber auch menschlich, glaube ich, bei der Tabellensituation. Jetzt müsst ihr ja noch ein Regulationsspiel machen, wenn ihr aufsteigen wollt in die Regionalliga. Es ist aber euer Ziel schon, aufzusteigen mit der Aufruf 10? Ja, natürlich. Klare Zielsetzungen, alles andere könnte ich jetzt auch nicht mehr verkaufen. Wir wollen definitiv nach oben, wir wollen dieses Endspiel erreichen. Ich bin mir auch sehr sicher, dass wir das erreichen und dann will man natürlich auch so ein Endspiel erfolgreich bestreiten. Ist das ein Endspiel oder ist das Hin und Ruck? Ich weiß es nicht. Ne, ne, ist ein Spiel, alles oder nichts. Da zeigt sich dann am Ende, wer hoch geht. Weißt du schon so ungefähr, wer der Gegner ist? Ja, aus der Parallelstaffel, da streiten sie so ein bisschen, Hommbruch, Waltrop, Östrich und wir spielen auswärts dann bei einem dieser Mannschaften. Warum ist das so? Ist gewählt, oder? Statuten. Okay, na gut, da gibt es immer die Chance zu gewinnen. Wie siehst du die Mannschaft, die du jetzt trainierst, im Verhältnis zu anderen Mannschaften? Du hast ja schon lange jetzt U15 trainiert, bis auf der letzten Saison. Wie ist das Verhältnis so? Kann man das überhaupt vergleichen? Ja, man kann immer wieder Quervergleiche ziehen. Ich mache das jetzt mein achtes oder neuntes Jahr bei Preußen. Ich finde, dass wir mit diesem Jahrgang einen herausragenden Jahrgang haben, der vor allen Dingen auch in der Breite sehr, sehr gut aufgestellt ist. Also ich hätte, ja doch, man kann auch davon sprechen, dass ich selten so viel Spaß hatte wie in dieser Saison. Das hängt mit der Tabellensituation zusammen, ohne Frage. Es hängt aber auch mit dem Charakter der Mannschaft zusammen und macht einen Riesenspaß mit der Truppe zu arbeiten. Ich glaube auch, dass der Verein an diesem Jahrgang noch ganz, ganz viel Freude haben wird. Das heißt, du hast die Hoffnung oder den Glauben besser gesagt, dass da vielleicht ein oder zwei Jungs wirklich mal in der dritten Liga oder sofern Preußen da noch dritte Liga spielt, unterkommen können? Ich bin mir sehr sicher, dass der ein oder andere Spieler aus dieser Truppe in dieser Liga ankommen wird. Ob dann bei Preußen. Das wäre wünschenswert. Das wollen wir dann hoffen. Jetzt noch eine letzte Frage. Wie scoutest du denn die Spieler, die hier bei der U15 spielen? Nimmst du die einfach hoch aus der U14 oder guckst du dir die Spiele von anderen Mannschaften an, die talentierte Spieler haben oder hast du da Berater oder Leute, die da sagen, guck dir den mal an oder wie läuft das? Nee, also in diesem speziellen Fall jetzt wurde ganz viel Vorarbeit von meinem Co-Trainer, dem Thomas Pfeiffer, geleistet, der letztes Jahr die U14 hatte. Der hat dann dort sich die Gegner angeschaut. Wir haben dann uns Stützpunkt-Mannschaften angeguckt. Wir sind über die Lande gefahren, haben uns dort Mannschaften angeschaut. Und viele Spieler melden sich aber auch von sich aus und wollen mal zum Probetraining eingeladen werden. Und wir gucken uns hier alle an und weisen keinen ab. Und da sind dann auch einfach mal Überraschungen dabei. Das heißt, jetzt seid ihr schon wieder unterwegs? Ja, die Vorbereitungen sind schon ziemlich weit. Wir sind mittendrin. Okay, dann wünsche ich viel Erfolg für den Rest der Saison. Hoffentlich mit der U15 der Saison wieder in der Regionalliga. Bis zum Hohlen. La!? Alle hin! Alle hin! Ruhe! Oh, keine Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020